Er ist eine Zehn, aber er redet übelst Schwäbisch. Sech, fünf, einfach eins. Er ist eine Sechs, aber er hat Tattoos. Acht von Zehn. Mindest. Immer noch sechs oder neun. Er ist eine Zehn von Zehn, aber er ist acht Jahre älter. Acht von Zehn. Er ist eine Sieben von Zehn, aber hat in seiner Insta-View CGN stehen, obwohl er eigentlich eine Stunde weg wohnt. Eine Vier. Eine Vier oder so. Er ist eine Neun von Zehn, aber er will euch nicht. Zehn von Zehn? Zehn von Zehn? Er ist eine Vier von Zehn, aber er hat Geld. Vier von Zehn. Sechs von Zehn?